Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer nächsten Folge von TTT. Heute wieder mit dabei der Gere hoffen wie beim letzten Video. Genau diese haben durchgeknallt. Gibt es da auch Waffen? Ja Pistole habe ich schon. Da muss es reingehen. Lalalalalalalala. Ui. D�sch, Scheissen. Kommt er mit der Schi Joht Bomben daher. Oh, alles was ich brauch. Ich hab da nicht mehr. Ich hab ja gar nichts, also nicht mehr. Ja, ich hab ja jemanden stehen. Wer schießt denn da auf mich? Da im Aufzug hat jemand auf mich geschossen. Hallo Mathos. Hallo. Da links, links im Aufzug Hinter mir, Matos oder so, ne, ja doch, Matos Ich hab ihn, ich hab ihn, alles gut Äh, äh, kämmer es, äh, kämmer Kam jetzt das auch Achso, ja Boah Alter, man hat einfach nicht geschossen Äh, strahle, danke, aber, ja Ja, ich warte schon vorbei Ich laufe doch vorbei, dann schießt einfach jemand random Ja, ihr habt geschossen, ne Ich schießt zuerst und dann frage Ja, läuft einfach einer vorbei und schießt Nein, ich hab das gespürt, dass du Traitor warst Ja, genau So ein random kill hier, ey Ganz, ganz tief drin, Luca 2 Nein, ist er nicht mehr tot? Nee, du hast mir den Faktgang geklappt Achso, ja, so witzig, nein Hab ich gesehen Das Problem Ja, tut mir leid Ja, tut mir leid Ja, war das so Reaktion, weißt du Scheiße Undi Uh, Knob Tut mir leid, Kami. Ja, ja. Du Dreck-Sack, ey. Du hast eine schöne Freude die Chance gehabt, wenn wir um die Ecke geschaut haben. Ja, leider. Aber mit dem Indie-Pub hab ich zu viel gejagert. Ich hab mich wieder mit dem Scheißdruck Ja, aber ich dachte, ich muss im Matos da schießen, bevor ich die Shotgun halte. War lustig. Mit dem Indie-Pub. Komm mit da um die Ecke, ey. Tritter. Ja, ich auch. So'n Triggerfinger, ey. Eno! Vorher kriegst du's noch. Arsch! Es ist schon wieder da oben hier. Mann, warum werd ich immer vom Tritter eingeschaut? Ah, mit dem Bump vor Tritter. Keine Ahnung, ich hab nicht seinen Namen sehen können. Wer ist Tritter? Wunder war Tritter. Wunder war Tritter. Ob er mich eliminiert. Es ist ja, es ist ja, Kami. Ganz fällig, dünnes Heiß. Ja, ob er schon geschaut hat. Okay, Kami, ist eh noch. Oder amädt. Was? Wenn du das Ding einsteckst. Nein, nein, nein. Einer Maus selber. Achso. Ja, das weiß ich nicht. Wer war... Wow, Alex. Gibt Alex noch? Hä? Schulze? Ja. Kami? Ja. Also, Alex hat eben wow gesagt. Oh, oh, oh. Schulze hat deine Pumper. Oh, schon wieder. Ja. Ich hab Schulze erschossen, weil er auf mich geschossen hat. Fuck! Yes! Ich wollt grad sagen, er war's nicht, aber der taucht ja doch wieder auf, aber... Ich hab ihn doch noch gekriegt. Ich wollt grad sagen, hast du wieder random geschossen auf mich? Ich mein, das kenn ich ja, ne? Das ist gut, wenn man auf der Map die Waffe und so was alle kennt, ne? Kiegel liegt, muss grad ganz liegen. Cool war. Allgemeinvorteil. Ja. Arthos ist hinter mir? Ja. Also, ich, ich, ich verlauf mich hier eh die ganze Zeit. Ich lauf immer random einfach rum und das... Hm. Moni hat eben geschafft, weil der so an ne Decke hängen geblieben ist. Äh, an ne Wand. Kann man hier was machen? Entschuldigung. Oh, hier war ich ja noch gar nicht. Wow. Hier liegt der Sniper, okay? Wahle. Wow. Was? Wie? Ist irgendwas explodiert, keine Ahnung. Ist ein Safe? Oh, Schatz. Schulzi. Ja, ich will hier ein bisschen Poker spielen. Mach's mit hier? Alter! Was ist das? Wer denn, wer denn, wer denn? Mundi, Mundi, Mundi! Ach, alles klar. Ich trau mich wieder nicht auf Ihn Schüsse zu schießen. Und sie beam! Nein! Nein! Das ist Wendor! Mundi, diese Random-Kills, ne? Alter, das ist... Ja, das, was das ist bei mir so automatisch. Wenn ich so gewöhne hab. Weiß ich, entweder er kämpft oder er schießt einfach random Leute. Ja, zuerst schießt er einfach. Tut mir leid wie in die Puppe. Aber das macht, das macht, das spürst du interessant, ne? Haben wir dir wieder erwischt gehabt, ne? Ja. Tak. Das ist... Einfach eine Mindy-Waffe. Mhm. Weißt du, er fragt uns erstmal wie Traitor ist und dann wird man random kinkt, ey. Kann nicht wahr sein, ey. Ja, mir hat der Schulze nämlich erledigt. Ja, ich hab dich gesehen, wie du da drauf geschossen hast. Nachher hast du eingekauft ein bisschen, ne? Ach, hallo, Marthos. Hallo. Das war eigentlich genau die Stelle hier, ne? Du vorhin hast. Gut möglich, ja. Ja. Also ich war, dass der dich hier runter geschossen hat. Achso. Ja, ja. Ja, ich bin da einmal wieder nach hier. Nehmen noch alle. Ach, spielst du Klavier? Ja, ja. Du hörst dann, ne? Wow. Ich denk gut, ne? Klavier, lalalala. Ja, ja, lalalala. Ach, das ist. Ach, das bin ich. Ich spiel hier ein bisschen Klavier. Ja, ja. Machst du gut. Kami kommt auch noch. Ja, ne? Ne, Kami war vorhin schon da. Ja, ja. Von mein erster Kunde hier. Und das ist gut. Da vorne ist Marthos, der ist verletzt. Ja, runtergesprungen halt, ne? Wir sind hier keine Krankenstation, ne? Wir sind hier, äh, äh, Konzert hier, ne? Ey. Geh doch. Ja, geh, geh, geh doch. Zugabe. Zugabe. Oh, hallo. Wie man immer ineinander buggt, ey. Das ist so. Hör mal auf diese Scheiße hier. Verlöcher, das Ding. Geh doch mal. Alter, meine Mausempfindlichkeit, was ist denn das? Paar Schusslichter, damit kann man schneller, äh, spielen. Ja, ja. Wird besser gekühlt, weil mehr Luft dran kommt. Oh, da hinten. Achso, warte, Entschuldigung. Entschuldigung. Konfirm mal. Okay, alles klar. Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich dich angeschossen hab. Ich hab die Melon überlebt, Alter. Ja. Gesehen. Also ich hätte dich eben easy töten können, ne? Du weißt es. Und wer ist dein Kollege? Ich hab gedacht, Kami war ein sehr treuer, äh, Zuhörer. Aber nein. Ja, wahrer. So. Danke, Kami für meinen Anschluss. Ah, ich seh schon. Ah, seh schon. Ja, seh schon. Ja, ja. Oh, oh! M-Mathos, Mathos, Mathos. Ja, 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 genau. Ja, genau, ja, genau. was wirklich nicht dachte ich mir schon mal davor dabei kam er weiter geschossen auf dich aber er ist ja du hättest dann eben tausend weichen vorbei weißt ja hier dann mato verdammt ein mato ich weiß trotzdem noch viele lieben ich auch ja auch innocente innocent alles mein kollege da ist das bett hat untergefallen ja er machte die bühne nee das kann die oder die jetzt schon jemand wo denn er dusche die habe ich ja das eben eine gestorben das war das strahlte ich dir traue ich nicht so richtig ja aber schau der fliegt ja der fliegt nur mit der granate aber kann es ja trotzdem weiter sein ich glaube alles hat sich selber in die luft gesprengt ja keine ahnung also alex liegt hier und hier ist eine explosion also kann ja wir leben dann noch matos atos am und die und wir beide strahler gut dann können wir so eine 3 sein auf ab 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 hinter mir Prozent er war die hübsbombe wird gezünden ist nicht gegangen und nicht warum warum hast du noch auf mich geschossen erst ja weil du angefangen hast weißt du Wenn ich angefangen habe! Natürlich hast du angefangen! Ja, ich hab den da angefangen. Ich bin wieder schuld. Also Matos ist es, oder Strahler? Na, schieß auf er! Ich glaub, der Träter könnte sich noch so ein Erfrischungsgetränk reinschmeißen. Oh! So wiss' ich. Äh, äh... Man weiß es nicht. we li 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 ja war er Alex? 3 HP hatte ich noch Ja, bitte Abmoderieren Achso, abmoderieren, ja dann Das wars wieder, bis zum nächsten Mal Abmoderation Tschüss